Es ist inakzeptabel, dass Königin Fiene sich dem Herrschen entzieht. Ihre Familie ist der Vergrößerung und Versorgung unseres Volkes mit Blut verpflichtet. Das ist ihre Aufgabe. Allegro, bring diese zügellose Herrscherin zurück. Nach deinem elenden Versagen auf dem Schlachtfeld gewähren wir dir diese letzte Chance auf Wiedergutmachung. Verdient hast du sie allerdings nicht. Sehr wohl. Ich bringe euch die Königin. Ich bringe euch die Königin.